Willkommen zurück zu minecraft Trublin mein will nein das ist nicht Fiete Beast ja Ich vergesse immer den Namen egal Ich weiß nicht warum Passiert einfach Habe ich auch beim anderen Mod immer den Namen vergessen Den ich letztes Spiel habe Millenair ja den Ich vergesse generell von Mods immer den Namen Außer sie heißen Inventory Tweaks oder Minimap Dann vergesse ich sie nicht Jetzt ist sie mir wichtig Nein Spaß Okay hier geht es irgendwie nach oben Aber hier geht es auch schon nicht mehr weiter Über die Ecke Habt ihr das gesehen wie Pro Okay ich glaube die kann ich auch nach oben oder Nee Okay doch wenn ich jetzt gerade ausgehe Also durch die Wand Dann würde ich wahrscheinlich rauskommen Aber da ist Nacht Unterlasse ich das jetzt einfach Okay Übersehe ja auch immer gerne mal was Ja dann gehe ich mal hier wo ich eigentlich Vorher glaube ich lang gehen wollte Ja hier oder Ja hier war ich glaube ich irgendwo Wie sieht das denn hier aus Naja egal Oh wie viele Erze ich weiß nicht was ich als erstes abbauen soll Okay was ist das Ruby Oh Ja okay Der kam jetzt auch unerwartet Ich dachte jetzt Da steckt irgendwie ein Pfeil im Erz Und der hat mich getroffen Ja wieder was Neues hier Green Saphir Nice Wenn ich dann wieder Volles Elemental abgehe ich dann wieder zur Station Und gucke mir die neuen Erze an Ob ich da mit mir Spitzacken oder Rüstung craften kann Mein Auge juckt Okay Ich höre ein Zombie Hallo Okay Ist gerade nicht da Achso hier hinter der Wand Okay Ich werde auch versuchen Oh hi Oh mein Gott Ich muss gehen Nein 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 Okay Ich muss irgendwie immer beim Aufnehmen gehen Bestimmt weil ich so langweilig bin Ja Daran wird es wohl liegen Okay ich hoffe das hat man jetzt nicht gehört Naja egal Ja ist nicht so wichtig Okay Nach dem Gentrain immer meine Augen so Das ist voll nervig Jetzt juckt auch noch meine Nase Mann was ist das denn hier Okay schon Level 25 Und irgendwie ziemlich viele Saphire hier Fällt mir gerade so auf Meine Nase juckt immer noch Nein Warum Ja Level 25 Ich kann bald entschalten Wenn meine Nase nicht so jucken würde Na Okay Ich hoffe jetzt reicht's Ah dieses Display ist geil Das kann ich jetzt schon sagen Nein jetzt brauche ich eine neue Spitzhocke Oh Mann da muss ich wohl zum Savepunkt gehen Äh Hier lang Ja hier okay Ja Ich habe ja gerade noch etwas Eisen gefarmt Vielleicht kann ich mir auch aus anderen Ärzten jetzt was machen Tue ich gleich wieder Eisen hier rein Kupfer da rein Hier Ah Eisen Gut Gut Das da rein Ich will erst mal gucken Ob ich mir was mit den Saphiren machen kann Ja Ja Endlich Endlich was Damit ich mir was machen kann Okay Wie schnell baut das ab Ist das besser als die Eisenhacke Ich mach mal einen Vergleich Darauf habe ich gewartet Dass ich endlich mal sowas Vergleichen kann Okay So So Ja Schneller Nice Mann Okay Das ist geil Das ist richtig gut Dann mach ich mir jetzt auch gleich mal eine Chestplate Hä Was Geht nicht Hä Okay Kann man wohl nur sowas draus machen Ruby Hört sich an wie Rubin Ja was mach ich denn da Eine Schaufel Ja daraus kann ich mir wohl auch was craften Schon ziemlich nice Okay hier wieder was reintun Hab ich denn irgendwie Hm Okay Ähm Ja Spitzhocke behalte ich erstmal Das kann ich hier wegtun Und dann gehe ich gleich mal wieder los Ja okay Na ich komme sowieso bald wieder Zu diesem Ort Finde ich ja sowieso immer Aber werden meine zwei Spitzhocke jetzt auch erstmal reichen Ja Okay dann werde ich mal weiter hier die Kohle zu Ende abbauen Die hatte ich ja wohl eben nicht zu Ende abgebaut Wo ist das denn Das wenn dann plötzlich Nicht via SD drückt Sondern Mit der Hand nach rechts rückt Dann irgendwie auf ESDF ist Wenn dann die ganze Elemental geht Und Ja ist schon lustig Passiert mir irgendwie total oft Ah hier war ich eben gar nicht Okay Wo war ich denn gerade Ähm Moment war das nicht bei der Kohle Hier oben war das ja stimmt Okay dann baue ich hier mal weiter ab Oh ja man was Neues Das erinnert mich an Äh den Ever Mod Also Ever Himmels Mod Dies ist eine Erz Saphir Ach auch Saphir Okay Kann ich mir gleich nochmal einen Spitzhocke vergleich machen Wenn das geht Leuchtende Erze Okay Eisen wieder Irgendwie ist ja auch etwas mehr Erz Kann das sein Ich guck mal welche Schwierigkeit ich hab Normalia Normalia Okay Normalia Hört sich an wie so ein Land Oder wie so eine Insel Normalia Okay Mann ich kann einfach nicht aufhören zu minen Aber was ist das denn wieder Okay wieder dieses Erz Das hatten wir ja schon Naja gehe ich ja jetzt einfach mal zurück Und diese ganze Kohle brauche ich eigentlich auch nicht Aber irgendwie schon Weil ich ja zu viel brennen muss Also ich muss ja echt ganz viele Erze hier brennen Jo Oh was ist das Ach das Okay ich weiß gar nicht mehr ob ich dieses Kupfer mitnehmen soll Denn davon hab ich so viel Davon findet man ja auch echt auch so viel Und ich muss wieder gehen Okay doch nicht Ja Irgendwie diese Schande findet man auch irgendwie nur einzeln Finde ich ganz lustig Da oben ist wieder irgendwie Rubin oder so Mal sehen was das hier ist Okay Irvshard Davon hatte ich doch die roten Ne damit baue ich mich mal hoch Um die erst gleich abzubauen Sieht total geil aus Wenn das noch blinkt Ja oh ein Kristall Okay wieder Eisen Na ja wenn ihr Themen habt In die Kommentare damit Ich versuche sie zu besprechen Okay grüne Saphir wieder Ziemlich gut Kann ich gebrochen Oh was das hatte ich noch nicht Ah jetzt die Teile in gelb Okay Irshard Scherbe oder Ne keine Ahnung Ich weiß gar nicht was Shard heißt Keine Ahnung Muss man ja nicht wissen Okay Quartz Kristall Heißen die Dinger Ja Ich benutze einfach mal Keinen Texture Pack Da ich nicht möchte Dass das irgendwie buggy ist Oder Generell Fusche ich jetzt noch gar nicht An der Minecraft Jar rum Oder Ich mache mir jetzt auch nicht Irgendwie was Also ich Update nichts Füge keine neuen Mods mit ein Denn Ich möchte nicht Dass irgendwas fällt An diesem Let's Play Denn das ist wirklich epic Und ja Inventar voll Ja okay Sollte mal Hier zumachen So Kann ich dieses Erd Auch noch mitnehmen Ach da geht's noch weiter Oh Wie weit geht es noch So eine Treppe Okay Ähm Dort Okay Dann gehe ich mal wieder zurück Zur Kiste Sollte mich porten können Ja das wäre geil Oh hier ist wieder dieses Erd hier mitnehmen Kupfer auch mitnehmen Oder ja Kupfer Oder Ja Kopper Kupfer Keine Ahnung Ich nenne es einfach mal Kupfer Hoffe ich Oh ich will jetzt nichts Neues abbauen Gut dass ich mir den Weg etwas merken kann Sonst wäre ich jetzt arm dran Okay Ah nein Natürlich war das geplant hier lang zu gehen Ne Wollte nur gucken ob da Monster sind Ja Mhm Okay hier wieder dieses Erd auch mitnehmen Dafür habe ich ja noch den Inventarplatz Wieder Kupfer Alter Das ist so viel an Kupfer Lol Ne Gut dass ich eine Rüstung anhabe Shit Shit lag Jetzt lag das aber Ah okay jetzt geht es Scheiße Das hat mir aber einen neuen Weg freigesprengt Also nehmen wir es positiv Okay ah ne da komme ich ja gar nicht her Ja wo komme ich denn jetzt her Ach hier okay Ist ja gar nicht mal so weit entfernt Schnell schnell Achso Kohle brauche ich da neu Okay Kohle brauche ich da neu Ist auch wieder so ein geiles Deutsch Hier Kupfer Kann ich auch mal rausnehmen Hier reintun zu den anderen Items Dann hier wieder neues reintun Und craften Okay Nein Ja okay Kann ich mir das aus meiner Spitzhocke machen Denn ich versuche Einen Unterschied Klar zu stellen Welche besser sind Welche Okay sind genau gleich gut Ja Ja Sehe ich jetzt kein Unterschied Ähm Ne Sonst habe ich nichts Woraus ich mir noch was craften kann Nein 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 Nö Okay schade Okay irgendwie was zum Staken vielleicht Staken Ähm Ja da tue ich das mal hier rein Den Rest Das Eisen muss ich jetzt auch nicht mitnehmen Ja so alles rein Ich brauche noch eine neue Kiste Fällt mir gerade auf Okay Ich glaube ich höre Lava Achso ja ist die von da vorne Stimmt Okay esse ich mal lieber was Ich würde auch gerne eine bessere Bestung haben Vielleicht Ah ne das ging ja nicht Ja okay Ja Nein Hier hatte ich doch Nein das ist Eisen Copper und Quicksilber Okay Moment was war das gerade für ein Zeichen Schnelligkeit Kann ich das trinken Hä Ne Okay weil wenn ich jetzt raufgehe Mit Shift Dann steht da irgendwie sowas mit Schnelligkeit Und Seen Und Totenkopf irgendwas Ja egal Dann tue ich das da rein Und weiter geht's Level 27 schon Ey das Ich mach echt Äh äh echt Fortschritte Okay Gehe ich einfach mal wieder den Weg wie eben lang Und dann will ich auch mal wieder nach oben Was ist das? Chart auf Minimum Minimum Okay hier muss ich auch die Aufnahme beenden Also wenn es euch gefallen hat Dann liked das Video Wenn nicht dann nicht Und Tschüss